Für unser nächstes Projekt Kochbuch, da müssen wir ja verschiedene gestaltete Seiten zu einem Dokument zusammenführen. Hier ist es natürlich gut, wenn hier dann entsprechend die Seitenzahlen auftauchen. Für die Seitenzahlen brauchen wir wieder ein Textfeld. Ich mache das etwas größer. So, und wir sollten uns dann hier entsprechend auf eine Position einigen, sonst ist das recht unterschiedlich angeordnet. Hier müssen wir doppelt reinklicken, dass wir hier entsprechend Einfügungen machen können. Und hier dann bei Einfügen, Zeichen, Seitenzahl haben wir entsprechend die Seitenzahl drin. Wir können jetzt hier ein bisschen kleiner machen und hier bei Text, rechts bin ich, dann ist das links ausgerichtet. So, jetzt haben wir hier zwei Seiten. Wenn wir jetzt von den anderen die Seiten importieren, funktioniert das so. Also ich sage dann Seite importieren. Jetzt muss ich den Pfad entsprechend auswählen, sage OK. Und dann sage ich, die Seite 1 bis 2 soll importiert werden. Und es sollen diese importierten Seiten als neue Seite erstellt werden. Und zwar am Ende dieses Dokuments. Das heißt, hier drunter, also hier ist noch eine leere Seite. Hier drunter entstehen dann die nächsten Seiten. Dauert ein bisschen. Ja, und dann schaut das Ganze so aus. Also, das war unser Original und die andere Seite ist drunter. Und jetzt schauen wir uns noch die Seitenzahl an. Die haben wir hier und automatisch wird hier praktisch durchgezählt. Hier haben wir noch kein Textfeld mit Seitenzahl. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Einfügen und Zeichen, Seitenzahl, Seite 2.